Hallo, zurück zu Let's Play, Day of the Tentacle Remastered mit unserem Bernhard. Wir sind gerade bei die komische, ich wollte schon sagen, Menschen. Ist das die Menschen? Menschen, 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 Menschen. Hier, Dr. Freed's Haus zu durchsuchen. Und selbst die Türen aufzumachen, selbst die Schubladen, alles. Es ist rücklos. Niemand wird sich hier für mein Design interessieren. Also werde ich meine Karriere hier in diesem schäbigen Motel beenden. Wie angemessen. Nicht mal das kann ich richtig machen. Hydrarisch. Zaubertinte. Kann ich diese Kette da, wenn ich da hier, ne, kann ich die Tür nicht aufmachen? Ich kann es von hier nicht gut sehen. Da komme ich von hier nicht dran. Ja, wie kann ich denn hier, diese Kette, das ist überhaupt keine... Von hier aus kann ich ihn kaum sehen. Das ist eine Musik. Ich kann es von hier nicht so gut sehen. Ja, dann mach auf. Es scheint nicht aufzugehen. Ja, weil hier, äh... Ne? Boah, diese Kette ist schon schade. Hm, in diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Nein. Besser nicht. Schade. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Schinkendrops? Warum? Eistruhe. Komm mal an. Die muss ich ab, ne? Sie ist ziemlich kalt. Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Macht das denn niemand jemals sauber? Irgendwelche Leichenteile. Was meinst du in Kühltruhen hat? Alte Hagelkörner. Ah ja, da ist der vibrierende, monobrauige, dicke Typ. Liegt auf dem Pulli, den wir wahrscheinlich brauchen. Wenn du vielleicht den Fernseher nicht angucken kannst. Dieser schöne, 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Das ist die Nummer aus dem Speichermenü 1800 Star Wars. Wie konnte man jemals in Nummern, in Telefonnummern, die Buchstaben einbauen? Ich meine, klar, hier so T9 mäßig, aber da tippt man sie wieder zu Tode. So, was ist denn das? Massagefingerzahlschlitz. Das klingt sehr falsch an dieser Stelle. Nicht gut drauf, einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Das klingt alles nicht gut. Ja, das ist ein Schlüssel. Bo, was? Hallo da oben. Nein, nicht reden. Puh, der schläft ziemlich tief. Kann ich den mal... Ähm... Lange Nacht gehabt? Ich versuche die Welt vor einem Tentakel zu retten. Keine Reaktion. Sie haben nicht zufällig die Pläne für eine Superbatterie gesehen, oder? Nö, ich glaube nicht. Ich hatte einen Onkel, der schnarchte genauso laut. Ich gehe da besser. Pantoffelkino Teleshopping, woher da hier? Äh, ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet zwei Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ähm, ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Hm, ups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid. Hier steht, dass das Konto leer ist. Das ist natürlich doof. Aber ich kann jetzt hier... Kann ich auch nicht jetzt den... 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 Und jetzt? Super. Jetzt habe ich kein Geld mehr und... Den... Den Pullen liegen. Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Supersprache, jetzt habe ich keinen Nickel mehr. Fufu, Fufu, Fusenakt. Hundeier. Und Runde abtrüben lassen, das war echt klar. Die Kotz ist ein Stückchen weiter weg, aber immer noch nicht genug. Ach so, weil klar, ich muss natürlich dann... Nee, ich einmal von der Musik. Hä, muss ich jetzt nochmal? Dann wird er wahrscheinlich vom Bett runterfliegt, aber wo kriege ich jetzt nochmal so blöde Dinge her? Na, daneben. War ich da schon drin? Nein, war ich nicht. Kabel? Nee, war mit. Ist ja keiner da. Mikrowelle, guck mal an. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Wie war das für eine Sorge eigentlich kein Metallbesteck in... Besser nicht. Kaffeemaschine. Ach, Kaffee. Aha. Kaffee. Entkoffinierter Kaffee. Hm, 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 hm. Also, wir nehmen den entkundierten Kaffee und stellen ihn hier und stellen wieder rechts hin. Hä? Nein. Und den normalen Kaffee? Puh, ziemlich große Kaffeemaschine. Ja, ich würde die ganz gerne vertauschen. Geht das? Nicht mischen. Das gibt Probleme. Das war nicht... Also, nicht, dass es meine Intention gewesen wäre. Aber kann ich nicht... Ich kann die doch. Dann nehme ich es einfach nur mit. So. In der Wurst. Das ist nochmal eine Tür. Meine Fresse. Das ist sehr unglaublich. Ich glaube nicht, dass die jemals wieder läuft. Ach, die ist kaputt. Okay. Trockner? Das ist ein Münztrockner. Man wirft hier 50er in den Trockner. Ja. Trichter. Schön. Ähm, bäh... Ist es eine gute Idee, Zaubertinte in einen Trockner zu schmeißen? Zu langweilig. Schade. Wenn man in der Waschmaschine wird es nicht funktionieren. Es ist alles doch so ein bisschen sehr rätselhaft. Ach, guck, hier wird durch. Ich kapiere noch nicht ganz, was ich hier machen muss. Vielleicht will ich mal kurz die Person... Wechseln. Also eins ist per nah. Zwei. Zwei. Toll. Ach, kann ich noch gar nicht wechseln oder wie? Hä? Wenn ich auf zweiter wiederkomme, dieser Puhle... Du 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 du. Ähm... All die war Ende. Du 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 du. ich habe jetzt aber immer noch keine idee wieso kann ich eigentlich noch nicht wechseln aber ich will nicht wechseln was muss ich denn tun warum ich das überhaupt also den Kaugummi kriege ich bestimmt nur weg wenn ich die Zähne dran nehme Familienfotos, Kalender Kamera bringt mir doch auch nix was haben wir denn noch ein Zeug Käffchen können wir ins Geheimdabor gehen und können ihm mal einen entkovinierten Kaffee geben vielleicht steht eine Tasse von ihm rum ah schau nein ich benutze Toilette mit benutze Toilette mit Gesäß würde ich sagen das bestellen von dem komischen Diamantengedöns hat auch nicht funktioniert jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen gehen wir nach oben die Pläne, die Pläne ja sie wäre nö guck nicht so doof die Pläne, die Pläne ja wo ist das und ich dachte Plastikleuchten im Dunkeln wäre eine gute Idee gehen wir nochmal hoch wo sind hier unser Herr, Kollegah nun, wo ist Dr. Fred? ja genau gehen wir nochmal hoch gehen wir nochmal hoch ne er wird jetzt wohl nicht äh draußen auf dem äh auf dem Fenstersims rumlatschen ne er wird jetzt wohl nicht äh hä C-Dollpunkt ok so ein wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage hallo kleiner Computer ich respektiere dich obwohl du nur 64k Speicher hast ach ne das machen wir jetzt nicht oh Gott ja hm er liest das Wall Street Journal ja von dir keine Tricks unser Hamster mit das kann ich nicht machen hm kann ich dem... ich geb dem mal ein Käffchen hm soll ich wirklich? das Zeug ist ziemlich stark ja komm ist ein zweites am machen hm soll ich wirklich? das Zeug ist ziemlich stark äh der liest Wall Street Journal das muss doch wohl nur gehen hm jetzt gehen wir noch zu Ätna rein vielleicht können wir dieses Videotape irgendwo rein Tobon? ah ja hm 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 ja hm 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 kaffee grün nein danke bernhard ich mag das zeug nicht schade kaffee ist lecker ich weiß nicht was an der explodierenden katzenschüssel falsch war diese allein der halter musik ist ja furchtbar gabel mit tür besser nicht besser nicht was macht das ding auf bonbon bonbon automat kommen der gabe vielleicht ein minster rausknübeln oder so besser nicht das hilft mir das nicht das hilft mir das nicht was mache ich denn mit der farbe mit dem legal pieksen falsche größe was für eine gabel auf dem pulli besser nicht nein ich bin ich will meinen nickel zurück das bringt das auch nichts das ist eine ganze menge schlüssel dran ja das bringt mir nur nichts weil es eigentlich keine verschlossenen türen gibt zaubert hinter auf den kaugummien nehmen kann sind trichter dann wo einzupacken macht auch keinen sinn den trichter könnte ich in den hamster reinhauen das ist ein lachendes video band das chicagoer handbuch für den thermodynamischen flux kompensator großartiges buch ja vielleicht nutze mit hirn mit hirn mit 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 damit mit zusammen machen und dann irgendwie in die fange hängen sie was wenn sie einen kaffee trinkt weil sie tritt ja nur eng koffe nicht soll ich wirklich das ist ziemlich stark ja mach's doch soll ich wirklich das zeug ist ziemlich stark hier geht er auf kaffee soll ich wirklich das zeug ist ziemlich stark kann ich hier in den rohrflächen und das dann reinläuft der hamsessen der will keinen kaffee bowlingkugel kann ich nicht mehr nehmen kann ich den richter in die bowlingkugel packen ich glaube nicht dass ich die idee mag das ist mir nicht ziemlich egal zu langweilig kann man feststellen wer die benutzt hat vielleicht da kommen wir eigentlich ich weiß nicht was an der explodierenden katzenschüssel falsch war kann ich ihm immer so kaffee der wacht da kommt auf mit nicht mit pulli falsche größe soll ich wirklich das zeug ist ziemlich stark ich glaube nicht dass ich die idee mag vielleicht könnte es ihm auch rektal einführen wenn er einfach so hustet böse ideen böse gedanken das ist ein bierchen eigentlich ah ja aus italien ein mena brea premium amber ist ganz gefällig kaffee in die tiefkühltruhe ein kaffee eis macht auch keinen sinn oder ich meine ich bin der gabel sie ist ziemlich kalt ja guck an jetzt könnte ich da irgendwas reinlernen damit es friert kaffee soll ich wirklich das zeug ist ziemlich stark das ist lecker das bin ich ehrlich gesagt etwas aufgeschmissen im Büro waren wir drin da kommen wir auch nicht wirklich weiter komische Kameras der Kalender sagt ja wenn irgendwas draufsteht wow aus meinem Lieblingsfilm mhm Star Trek ne mhm wenn sie Klingel benutzt hat dann ist er nicht was ist hier eigentlich erstmal gar nichts boah die kann man immer noch nicht nehmen mhm da komm ich nicht dran mhm ein gartenbaulicher Albtraum wir können ja mal ein bisschen tunen mhm soll ich wirklich das zeug ist ziemlich stark mhm okay Luft rauslassen ich kenn mich recht mhm ich meine ich könnte der Tippex da reinmachen vielleicht will die 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 Spange ja irgendwie weißer werden ich glaube nicht dass das in weiß besser aussieht mhm du glaubst doch nicht wirklich dass ich darauf reinfalle oder da musst du schon früher aufstehen um mich reinzulegen tatsächlich habe ich die Zaubertinte erfunden mhm zu langweilig ne wach ich nicht nur die Geflecken mhm soll ich wirklich das zeug ist ziemlich stark mhm ich glaube nicht dass das in weiß besser aussieht mhm nein das glaube ich auch nicht mhm ich glaube nicht dass ich die Idee mag sind alle weg Liebesspie gib mir mal bitte mal das macht keinen Sinn das ist leer gib mir mal einen kleinen Tipp was ich machen könnte soll ich wirklich das zeug ist ziemlich stark mhm ja vorher im Moment erinnern wir mal das bestätigen im Internet Entschuldigung zwischen den Münder und den Entwickler Kommentar raus wie wir hoooogi Dialog werden die Lack überspringen ne ok und sowas haben wir hier nicht mhm hm 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 ich muss sagen ich bin ein bisschen mit meinem Latein am Ende die fasse ich nicht an diese Dinger haben so ihre Schwächen ähm äh 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 ok haben ihre Schwächen schön mhm ja 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 Tippex Videoband ich bin absolut ratlos rein halt rein halt zurück zurück da können wir auch noch rein ich kann natürlich Kaffee in den Trockner packen aber das wäre langweilig ne hm soll ich wirklich? das Zeug ist ziemlich stark Trichter mit Ninschlitz ich glaube nicht dass ich die Idee mag hm nicht so Maschmaschine Gabel mit Ninschlitz besser nicht Zaubertente zu langweilig nein hm hm hä der Darklyfts mag zurück das macht keinen Sinn hm ich bin echt ein bisschen ratlos und weil ich ratlos bin und ich euch nicht lange langweilen möchte äh mach ich mal eine Pause und ich guck mal ja ich guck mal in die Lösung weil ich ich hab echt also ne kein Schimmer ne also dann würde ich sagen mach a dude bis zum nächsten Mal Prost